Hey Leute, what's up? Moonboon hier. Herzlich willkommen zurück bei der Levelreihe von 85 auf 90 mit Fuchs und Moonboon. Und, ähm, Bam. Bam hat sich so angeschlossen. Der gammelt noch bei uns im TS rum, also erschreckt nicht, wenn ihr plötzlich Bam hört. Hallo Fuchs, hallo Bam. Hallo, hallo. Genau. Wir haben uns angemeldet für eine Inni, spezifisch. Allerdings dauert das noch kurz, wahrscheinlich, vermuten wir. Deshalb leveln wir einfach ein bisschen hier weiter. Nicht wahr, Fuchs? Nicht wahr, Moonboon? Oh ja. Was haben wir denn hier? Wir müssen Sachen sammeln, Viecher heilen. Teile sammeln. Darf ich auch irgendwas töten? Ich mag irgendwas töten. Natürlich. Die großen Tauren. Taubolks. Ich weiß nicht, wie sie heißen. Wir töten einfach alles. Die Jaungold-Batterien. Wie ist der? Bantari. Irgendwie ist mein WoW-Sound so laut. Das ist komisch. STRGS. Hast was gelernt, hä? Nee. Jetzt hätte ich beinahe gesagt, du Fuchs, aber das stimmt ja gar nicht. Sonst kommen die Leute noch durcheinander. Ey, ich kann den Pfeil nicht anklicken. Probier's mal mit Links-Klick. Nee, mit Rechts-Klick. Ah, mit Rechts-Klick geht's, ja. Dein eigenes Verkackte. Voll. Wie schon sagt man, ich bin halt so traurig. Ich hab nie Zeit zum Wieben gehabt. Aber, ähm, als ich das Video gerendert hab von gestern, wo wir in der Brauerei waren, oder nee, im Tempel, der Jade-Schlange, da hab ich doch diesen Witz gemacht mit, Achtung, da vorne wird geblitzt, mach langsam und so. Mhm. Und als ich mir das selber nochmal angeschaut hab, hab ich gedacht, Oh Gott, why? Warum hab ich das gemacht? Schlecht ist ja mit aller Zeiten. Ach. Eigentlich hätte ich schwärzen sollen, oder so. Schwärzen? Ja, zensieren. Rausschneiden. Entfernen. Ich hab's gedacht, wie würdest du anschwärzen? Tilgen. Vernichten. Wo bist du denn? Du bist wieder am Arsch, damit. Bist nicht du das, Anne. DND-C-Rock. Das bist nicht du. Fast mal extra diesen blauen. Oh lol, Gegner, groß, prüfe. Wo, 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 wo. Ah, direkt vor uns. Okay. Watt, ich komme. Ich bin da. Du nix. Du nix. Du nix, du nix, du nix, du nix, du nix, wollte ich eigentlich sagen. Aber die Luten? Die haben alle nix dabei. Das ist von Crap. Crap. Ich meine Bergziege noch. Brauchen wir nochmal einen großen? Ne, gell. Ne, du ein. Du hast eine Bergziege gezähmt? Ja, weißt du das nicht mehr? Ich weiß nur noch den Wurm. Heaven. Ah, im Tal dafür Winde. Oder wo? Ja, ich glaube schon. Kann mich nicht erinnern. Ich heile noch verletzte Pandanen. Oder habe ich noch gar keinen Gehalt? Ach, 5. Habe ich noch gar keinen Gehalt? Ach, 5. Oh, der Schar ist da. Hörst du ihn? Ja. Den legen wir schnell. Zu zweit. Ich habe Geisterwölf already. Wie heilst du die? Die heilen mich. Jetzt haben wir alle. Ich brauche noch Pfeile. Und ich kann sie wieder nicht anklicken. Die sind so klein. Apropos klein. Oh. Apropos klein. Ja. Oh shit. Nein. Nein. Oh Gott, ich habe irgendwas kaputt gemacht an meinem... Oh Gott. Oh Gott, nein. Was machst du? Ich muss kurz... Ich muss kurz in die Taschenbelegungen. Ich habe irgendwie rangezoomt und gar nicht mehr rauszoomen. Bewegung, Chatfunktion, Zielfunktion, Interface, verschiedenes, Kamera. So. Nächste Ansicht. Hereinzoomen. Rauszoomen. Okay. Zurück. Mich greift so ein Großer an. Go down, Großer. Go down. Peter, auf geht's. Unterstütze ihn. Ja, die Leute haben sich beschwert, dass ich immer so weit rauszoome beim Spielen. Man kann nichts sehen. Man kann nichts sehen, Mooboon. Ja, vielleicht, weil du immer so weit rauszoomst. Nein, echt? Ja, schon, aber das erklärt auch, warum ich als Nix sehe, was auf dem Boden liegt oder so. Oder bei diesen Bäumen. Ja. Ne, das stimmt schon, aber ich weiß nicht. Ich habe halt gerne den Überblick, was um mich rum abgeht. Aber ich habe jetzt mal ein bisschen rangezoomt. Vielleicht sind sie ja jetzt zufrieden damit. Ich brauche übrigens immer noch zwei Pfeile. Ein Pfeil. Hast du schon alles? Ne, ich brauche nur drei Pfeile und dann bin ich fertig. Okay, ich bin auch fertig. Was sagt Erwin dazu? Halt, Erich. Jetzt ist es mir egal. Das DND. DND. DND Zerokan. Darf ich schon mal abgeben ohne dich? Natürlich, da hast du. Ich bin heiß. Ich bin heiß. Ich weiß. Oleg und sie sagt voll sexy, hallo. Meine Taten gehen in die Geschichte ein, sagt die. Die weiß, was abgeht, die Pandarenfrau. Oh ja. Oh yeah. Ihr seid herzlichst willkommen. Die andere sagt, ich bin herzlichst willkommen. Das ist auch pervers. Nicht so eilig. Warum? Das ist so, ja, ihr seid bei mir herzlichst willkommen. If you know what I mean. Ach, wegen dem Kommen? Nein. Okay. Das üben wir nochmal, Fuchs. Okay. Das Kommen. Das Kommen. Das Einzige, was er kennt. Kommen? Lühtig? Kommen? Vielleicht? Wir machen... Wo ist denn die Quests? Ich habe hier eine Quests, aber ich sehe sie. Im Dach. Vom Gasthaus? Ja. Das hast du mich aber gut verarscht. Nee, ehrlich? Nee, da ist nichts. Das ist nicht das Gasthaus. Das ist bestimmt ein anderes Haus. Ach, da wo ich stehe. Schaut auch so ähnlich aus wie ein Gasthaus. Ah ja. Das hast du mit Absicht gemacht, gell? Weil ich dich gerade gedisst habe wegen dem Kommen. Nein, habe ich nicht. Oh. Nee. Dann machen wir gerade weiter. Dann machen wir keine neue Episode. Wir sind erst seit 6 Minuten dabei. Beim Kommen. Voraus. Beim Kommen. Vorausgesetzt, der Healer nimmt an. Yeah, baby. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Das ist auch ein Raul. Oh, nicht lecken. PC. Komm, wir schreiben. Hi. Halt mal. Slash. I. Hi. Oh. 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 Okay, danke. Okay, Lord. Okay, Lord. Ha. Ha. Okay, wer pullt? Der Hunter. Yes, wir haben einen DK-Tank. Ich finde übrigens immer, wenn man einen DK hat, sollte man auch Tanks spielen. Aber, den wird es aber gestern schon gebraucht. Es wird immer schlechter hier bei Moonwoods, wird es immer schlechter. Von Tag zu Tag. Oh, oh. Was war das? Soll ich, soll ich anken? Ja, ich anke, anke, scheiß drauf. Ja, ich hatte ja auch jetzt Battle Reds gehen können. Scheiße, dann hätte ich mit Anke vielleicht beim Boss benutzen können, oder so. Ja, jetzt kann ich den Battle Red beim Boss benutzen. Wer heilt denn? Was haben wir denn hier? Die ist sie. Der Priester. Targeting you. Ba, 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 ba. Was war denn das? Ich blieb es gar nicht, warum ich gestorben bin. Das verwirrt mich. Normal weiß ich immer, warum ich stirb. Oh, da weiß ich. Ah, die wirbeln. Ah. Okay. Ja, das verwirrt mich halt sowas. Ich spiele normal kein Mini. Was spielst du denn sonst, Moonwood? Erzähl uns mehr. Ich spiele normal entweder Ranged TD oder Highland. Hauptsächlich Highland. Nur nicht mit dem Charmy, weil mit dem macht es, finde ich, nicht so viel Spaß. So. Was, jetzt rufst du doch? Mit dem Charmy-Heal, das macht sehr viel Spaß. Mist, mein Sound ist aus. Was labern die eigentlich da im Hintergrund? Charmy-Herbe unseres Volkes, äh. Arr, arr, arr. Arr. Wie geht's eigentlich, Samenboden? Welchem? Dem Mage? Natürlich dem Mage. Dem Mage geht's gut. Der ist 90 und, äh, hat das blaue PvP-Set an. Ja, nice. Ich hab mal eine Episode, hab ich mit ihm gemacht. Hab ich gesehen? Anfang Januar. Und, ähm, also jetzt, diesen Freitag, kommt auch eine. Also, das ist jetzt wieder, äh, ja, weil dieses Video kommt wahrscheinlich erst in zwei Wochen und dann am Freitag kommt kein Soundboden und dann drehen sie alle durch. Äh, du hast im Video gesagt, der Freitag kommt kein Mood, der ist nicht da. Fuck you, Mood, fuck you. Aber du weißt, was ich mein. Natürlich. Boah, ich hab Feuersbrunst. Was, Feuerbrunst? Ja, heil mich. Feuerbrunst. Das ist schon eine Handleiterentzündung. Mal gucken, was die Leute machen mit dem Meteor. Wo sie hinrennen. Was haben wir? Meteor auf Dingsbums. Ah, blickt's. Endlich mal einer, es blickt, hä? Ja, ja, Mumu. Fuck you. Jetzt hab ich gerade einen Tod im Gestell, jetzt verpisst er sich. Ist das für ein Mob? Der hat Angst vor dem Totem begonnen. Allerdings. Nein, da hätte ich auch Angst vor so einem riesigen Totem. Wirklich? Was bist du nur für Pussy? Angst vor dem Totem, eh? Jetzt sind wir mal die Wölfe, ein bisschen damage raushauen. Geht ja gar nichts. Ja, ich setze mein Kraftfeld. Yeah, Kraftfeld. Da hebt der Priester ab. Ich verheere ihn auf Vinjen, was ist das? Ich kann nichts tun. Äh, Fuchs, siehst du mittlerweile eigentlich, äh, Vinz eine Attacke hier? Natürlich. Mittlerweile schon. Oh, nice. Ach, Mann. Der macht immer was auf mich. Der macht wisst auf dich. Ja, der macht was auf mich. Wiss. Wiss. Wiss, was ist du wiss? Wissi. Ich stelle gleich Damage-Todem, seid ihr bereit? Natürlich. Und ich sind Stampele. Sobald er am Start ist. Der Boss. Peter, auf geht's. 2, 2, 1, steht. Kommt alles raus. Alle Tiere auf dieser Welt, vereinigt euch. Das klingt ja irgendwie so Sailor Moon-mäßiger oder so. Ja. Oder was gab's da noch? Prinzessin Mononoke oder so ein Dreck. Alle Tiere auf dieser Welt. Ja, ich sag nix gegen Prinzessin Mononoke. Stimmt. Der war echt gut. Einer der guten Animes. Ich krieg heute noch Albträume davon. Ich bin fair. Entschuldigung. Was war denn das zum Teufel? Ich bin der Ton. Von Aserbien. Oh. Ah ja. Da wirft er mich weg. Bring ihn. Ja. Ja. Na los, alle müssen Merlock-Geräusche machen. Bam du zuerst. Es gibt Tu pays. Ach du das. Stärker Ausdauerfreund. Cool. Jetzt du Fuchs komm. Komm. Ist das ich gar nicht mehr wie irgendein Hund? Oder wie ein Staubsauger oder so. aber auch aber und 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 ja was ist das da hier ich war aber wusste Tänk hat er sagt und ein Aspekte an der Pulte natürlich und ich glaube er will den Boden aufhalten Renn voll durch Oh nice Ist das dein Petter vorne? Ja Das war das Falschtodem Peter bringt ein bisschen was mit Oh je Ja wie Oh man Ich hab das ja gar nicht gewonnen Echt Das ist schade wenn man gedacht hat man hat es gewonnen und dann doch nicht Das ist wieder echt mies Aha Senk Warum leben die eigentlich so lang? Weil die im Bau sind Ich glaube ja Will die in so wenig Schaden Jetzt Jetzt machen wir mal langsam hier Aber irgendwas stimmt echt nicht im Vergleich zu gestern Ne Vielleicht muss ich Ärger auf die Taschen hauen Stärke Ich weiß auch nicht Ich werde angewispert Wisper zurück Es ist eine Frage zu der ich keine Antwort geben kann Ich bin nicht fähig dazu Wann mal Oh wieder mit einer Hand schreiben Was findest du besser? Heel Monk oder Heel Dudu Heel Dudu Heel Dudu Heel Dudu Heel Dudu Keine Ahnung Es ist beides gut Ja es ist echt beides gut Aber ich glaube mir wird es um Monk mehr Spaß machen Aber das sage ich Ihnen jetzt nicht Weil ich weiß es ja nicht ob es besser ist Wenn die ja wissen was besser ist Also ich weiß es auch nicht aber ich muss sagen mit meinem Fuchs auf welcher wissen wir jetzt fast 50 gell? Also ich muss sagen es macht echt Spaß Ja das denke ich mir Spielst du Heel Monk? Ja Was spielst du Monk? Äh Fuchs Monk? Ja Ich spiel natürlich Tank Wirklich? Ja Da fehlen Löcher nur noch ein DD Monk quasi Und richtig Hey was macht er wir brauchen die Dinger hier Ja der Du bist weg Ja ich pull halt einfach mal alles unter Er ist schon mal im Bosskampf Voll Ich hab Angst Ich hab Angst dass ich sterbe Ich ziehe mein Geisternwölf Kann ja nichts passieren Und Feuerelementar vielleicht Ja nicht gut Ganz schlecht Verhexer Schleicher Auf wen müssen wir denn hier zuerst? Äh Ich weiß nicht Gute Frage wäre er nicht getroffen wird Ich glaube der Verhexer Ich weiß es aber nicht Ich hab mich zu mal ein In der Eisfolle Ja Den der da außen steht Der heilt nämlich Orakel Ding da Der Orakel heilt ja Dann Hau den mal in den Eisfall Der ist nicht gut Ja soll man dann erstmals Orakel umnatzen oder was? Ich mein wir sind die 3 DDs wir können uns ja absprechen hier Stimmt ich hätte ich auf das Orakel Komm dann hauen wir uns Orakel um Weckern uns Boah Armee der Toten Yeah Das ist für ein gar stückes Orakel Es stirbt ja gar nicht Das ist für ein gar stückes Orakel Es stirbt ja gar nicht Das ist für ein gar stückes Orakel Ist egal ist egal Hauptsache Orakel stirbt Mach mal Hero So jetzt soll das besser vorangehen hier Das ist ein normaler Mops die Verhexer wo da noch dabei sind Hast du die gepullt oder was? Ne 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 Die sind da unten schon von Anfang an Okay Ich stelle noch Damage Toadam Okay Ich stelle noch Damage Toadam Da ist noch ein Orakel Wo ist ein Orakel? Wo ist ein Orakel? Was ist das denn? Oh leck Der Totenkopf Ich zeige euch jetzt hier Ja mit nem Orakel ist er ja ewig dran Wir müssen das Orakel ficken Los Hose runter Orakel Hahahaha Ich geh dann mal Hose runter Hose runter Orakel Ja ich hab's im Griff Ich habe keine Chance hier Das ist echt elementar Ich schlafe mal im Kreis Rausch mich ja nicht Jetzt passt Jetzt passt Was sind wir für los? Pfff zum Glück ist nicht auf Youtube Wer echt filmt hätte das alles gefilmt hätte halt Ja echt peinlich Ja Komm Warum müssen wir mal Peter schon wieder durch? Ich drehe durch Peter Peter Irgendwie kommen alle Witze vom Gast zusammen Stimmt ja Oh oh Aber nice Ja Danke 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 Mp Ja weiß ich das ist Ich stehe da ab und zu noch heel tot her Meistern Dann geht es schon Ich vermisse da auch den Kreis der Heilung Pff kreis der Heilung Brauch kein Mensch Kriegs hier Kriegs den Regen Guck mal Werks da auch ne Kreis Stimmt die meine ich Den Heil in den Regen Den Heil in den Regen Hihihi Also Moon ich glaube ich hab dich überholt mit dem Schaden Du hast echt noch Klassen Ja Aber ich hab dafür noch Fuchs überholt am Schluss Was ist das? Was ist das? Außer Intelligenz braucht aber auch kein Mensch Brauch ich aber nur die Quest Items Ja die brauche ich auch noch Aber die können wir uns auch selber holen Also die die Mobs hier die können nix Die kann doch umnutzen einfach so Was ist die andere Seite hab ich gepult Hier hab ich nicht gepult nur die anderen Er macht nix Oh 105k Bei 107m Wir sind ja 10.000 Oh der Tank macht ganz schön Damage Würde ich sagen Jaja der geht ab wie Schnitzel Wie Schmitz Katz Wie bei Hempels und am Sofa Ja Da gehts rund Das fällt mir keine Vergleiche mehr ein Repertoire ausgeschöpft Ja So Noch einer Da Perfekt Okay ich mach mal weiter Machts gut Alles klar Ja Da kommt der Aufzug Ich gebe jetzt mein Zigarettchen Und ich bin Camouflage Boah Parsi bist du cool Ich weiß So cool Der Priest hat nen Aufzug verpasst Was macht der Tank auch? Okay Guckst du nicht schon oben? Nee Doch Ich hab keine Ahnung Doch er geht down Er denkt dass der Priest bei uns ist Das ist nicht gut Ja dann oh Gott schnell hin Demitschirm Und dann Ich hab keinen Mana mehr für nen heilen Regen Oh guck Oh guck Schau's noch so Notsteil Einmal auserstehen Nice Cool Echt cool ne Echt wow Wow Und der Pult halt weiter Ja das egal der braucht keinen Der ist blutig Arman Diese blutig Ars Boah Ich hab mich am Anfang ziemlich verwirrt Wo Cutter raus kam Weil war das bei Cutter Wo dann äh Blut auf einmal Tank war Und Frost DD Ich glaub schon Ja Verwirrt Der wurde ja auch immer blöd angemacht am Anfang Äh Du willst mit Frost tanken Oder mit Blut tanken Das ist ja völlig scheiße Jajaja Jetzt weiß ich warum ich keinen Damage mehr mach Äh Mach von Verzauberung Jetzt echt Ja Ich glaub vor waren sie noch an Wala ich hab kein Ziel Dann such dir eins Ich möchte ein besserer Mensch werden Ja Ja das wird's gesagt F1 Ja Auf Und ich bin der Lapp Was bist du Ich bin der Lapp Ja Wer merken Ja Ja Oh die Hunde sind so mies Das sind keine Hunde. Das sind Quielen. Entschuldigung. Schon mal solche Hunde gesehen auf der Straße? Na ja. Aspekt raus, schreit da der Priest. Hab ich. Really? Ja, bereits zu viele Tiere. Nein. Wollt's denn jetzt zähmen? Ja. Wollt's denn quielen? Quielen. Fürst nicht schön quielen. Ich wollte ihn schänden. Gender regelt. Gender regelt. Ab. Das ist bestimmt voll assi hier als Mealy, oder? Könnte ich mir jetzt vorstellen. Naja, das geht schon. Ich höre mal ein Match. Ich bin voll heftig zum Hallen irgendwie. Ich meine, ich persönlich hänge ja eh immer hinten dran mit dem Equip und so. Das war echt heftig. Und dann fisten wir den jetzt mal ordentlich hier. Das ist klar, mach mal. Ich höre mich schon mal hinlegen. Ist immer gut. Ich bin nie verkehrt, wenn wir alle Warcraft hinterm Boss stehen. Warum auch immer. Alter, wenn er mich jetzt so hochschleudert. Das ist gar nicht gut. Was? Abwärts? D populations. Dämlich. Dämlich. ja vergesst nicht ihn zu looten hey was kriegt der da für eine Quest verzieht die Waffe oh cool warum sollen wir die looten? ich dachte hier für die Quest Relique was kriege ich oh nice schöne Hosen von Kik oh echt schöne Hosen nice zieh ich an so meine lieben Freunde wir verabschieden uns vielen Dank Bäm fürs mitkommen na gerne immer wieder und Fuchs natürlich auch ich glaub Geri Moucherie gut nach Schokolade okay das war's für heute vielen Dank fürs Reinschauen wenn euch das Video gefallen hat denkt dran es zu bewerten und schreibt vielleicht das ein oder andere Kommentar wir sehen uns das nächste Mal wieder ich bin Mun und ich bin Fuchs ich bin der Bäm und wir sind raus ciao ciao tschüssi 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 Vielen Dank.